Eine Emotion würde im Grunde genommen nur zwischen 60 und 90 Sekunden andauern. Wir machen aber nur alle diesen Fehler und bleiben in unseren Gefühlen hängen. Hey, von was spreche ich? Ich hatte gestern Abend wieder ein Webinar in der Achtsamkeitsakademie. Und ich wurde von einer Teilnehmerin gefragt, die sagte, hey, ich fühle mich ständig ängstlich, ständig traurig, habe dieses Gefühl von Einsamkeit und irgendwie ist es ständig da. Ich komme dort nicht raus und was kann ich dort machen? Und vielleicht kennst du genau das in deinem Leben, dass gewisse Emotionen oder gewisse Probleme, die daran geknüpft sind, irgendwie omnipräsent sind. Dass sie irgendwie ständig da sind und nicht weggehen wollen. Da ist man vielleicht mal kurz mit irgendwas abgelenkt, mit der Arbeit, mit dem Partner, mit den Kindern, mit den Aufgaben, aber sobald wieder ein bisschen Ruhe einkehrt, sind sie wieder da. Und die Frage ist, wie können wir uns davon befreien? Und dazu dürfen wir eine wesentliche Sache verstehen. Und zwar, dein Emotionalgehirn bekommt Impulse über das Sehen, Riechen, Hören, Schmecken, Fühlen. Das heißt, es interpretiert die Welt. Und je nach den Verknüpfungen in deinem Emotionalgehirn, im olympischen System, wird dadurch ein Hormoncocktail ausgeschüttet und dein Nervensystem auf gewisse Art und Weise aktiviert, das du dann als Emotion erlebst. Das heißt, es schüttet diese Energie in dein System, die etwas bewirken soll. Emotionen sind dir dafür verantwortlich, dass wir ein gewisses Verhalten zeigen. Emotion, Energie in Bewegung, die bringt unseren Körper in Bewegung. Diese Emotion, die dein System ausschüttet, und das ist wissenschaftlich nachgewiesen, würde zwischen ca. 15 und 90 Sekunden in deinem System sein. Also von dem Moment, wo dein limbisches System diesen Cocktail ausschüttet, du die Emotion spürst, vielleicht eine Traurigkeit, ein Schamgefühl, ein Schuldgefühl, eine Einsamkeit, eine Traurigkeit, bis hin, dass wieder Frieden einkehrt ins System, dauert maximal 90 Sekunden. Und jedem, den ich das sage, würde sagen, hey ja, du, 90 Sekunden halte ich das aus. Aber die Menschen erleben diese belastenden Emotionen gefühlt den ganzen Tag, gefühlt über Wochen, manchmal über Monate. Manchmal ist es ihr emotionales Zuhause geworden, dass sie sich so in diesen Emotionen von vielleicht einer Traurigkeit, einer Frustration, einer subtilen Langeweile verloren haben, dass sie das als normal achten, dass sie denken, das ist das Leben. Aber das ist es nicht. Aber warum ist das so lange da? Dort dürfen wir die Psychodynamik verstehen. Denn was unser Geist, unser präfrontaler Kortex, unser denkender Verstand jedes Mal macht, wenn er diese Emotionen nur ansatzweise spürt, er fängt an, darüber nachzudenken, darüber nachzugrübeln, versucht auch Lösungen zu finden, dafür ist er nämlich da. Aber oft gibt es keine Lösungen. Und oft sind diese Gedankenspiralen sich einfach drehend und das Problem dabei ist, wenn diese Gedankenspiralen sich drehen, funkt der präfrontale Kortex ständig ins limbische System, hey, da gibt es ein Problem, dort ist dieser, ich bin so alleine, ich schaffe das nicht, ich bin nicht genug. Das heißt, diese Gedanken, die wir denken, lösen wieder Emotionen aus, die wir körperlich fühlen. Und diese körperlichen Gefühle sind wieder der Nährboden für Gedanken. Und daran merkst du, dass wir in diesem Teufelskreis stecken. In diesem Teufelskreis aus Gedanken und Emotionen, wo so viele Leute nicht mehr rausfinden, wo so viele Leute so lange drin sind, dass sie denken, das ist das Leben selbst. Und jetzt ist doch die spannende Frage, wie können wir dort wieder rausfinden? Na ja, ganz einfach. Oder es ging in der Theorie erstmal einfach, aber es ist dann wirklich, was wir praktizieren dürfen. Und zwar, die Emotion wahrzunehmen und sagen, okay, ja, ja, da ist jetzt Traurigkeit zum Beispiel. Oder ja, da ist jetzt Einsamkeit. Oder ja, da ist jetzt ein Schuldgefühl. Oder ein Schamgefühl. Oder ja, da ist jetzt eine Angst. Und ich sage ja zu dieser Emotion, erlaub mir diese aufrichtig zu fühlen. Sag ja dazu. Und pass auf. Dass mein Geist nicht daraus was macht. Sondern ich erlaube einfach dieser Welle, meinen Körper zu durchströmen. Und wenn wir es schaffen, diese Welle einfach da sein zu lassen, wird diese Welle mal für mal kleiner. Es wird euch nicht nach dem ersten aufrichtigen Fühlen vorbei sein. Aber je mehr wir uns darauf einlassen, dort Ja zu sagen, diese Emotionen aufrichtig zu fühlen, ohne gedanklich daraus was zu machen. Und ich bin mir einer Sache vollkommen bewusst. Die Versuchung, dort gedanklich was draus zu machen, ist so enorm groß. Unser Geist liebt es sich, in diesem Grübeln zu verlieren, in diesem Nachdenken. Weil vor allem Denken nicht schmerzhaft ist. Schwierige Emotionen schon. Aber dadurch bleiben wir stecken. Und wir können uns nur befreien, wenn wir Ja zu den Emotionen sagen und die Gedanken einfach kommen und gehen lassen. Nicht ernst nehmen, nicht darauf einsteigen. Und was dann passiert ist, ist, dass dein Emotionalgehirn lernt, okay, hey, es war gar keine Gefahr da, wie bei Angst. Oder ich überlebe immer noch, wie bei Einsamkeitsgefühlen, die ja eigentlich eine Überlebensreaktion sind. Und so lernt dein Emotionalgehirn immer noch gelassener zu werden. Du kommst immer mehr zu dir zurück, immer mehr in deine Mitte. Und dadurch kommt immer mehr Freude, Leichtigkeit und Klarheit in deinem Leben. Und was ich immer wieder in der Akademie, in meiner 18-Karts-Akademie sehe, ist, wenn die Menschen auf diese gesunde Art und Weise mit Emotionen umgehen, steigen sie langsam in diesem emotionalen Erleben nach oben und erleben immer mehr freudvolle Lebensbejahende, Emotionen wie Mut, wie Liebe, wie Begeisterung, wie Freude und auch vieles, vieles mehr. Das ist das Resultat, wenn wir gesund mit Emotionen umgehen. Und das ist der Impuls, den ich dir heute mitgeben wollte. Und ich hoffe, ich konnte dir damit dienen. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen, achtsamen Moment. Dein Peter.